Ja hallo, liebe Freunde, liebe Interessenten, Joseph ist wieder hier. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, auch zusätzlich ein komplettes online, Step-by-Step-Trainingsprogramm, Einarbeitungsprogramm, alles auf Videos zu machen. Ja, ich habe mir, wie ich damals hier gesagt habe, okay, ich stelle mir zur Verfügung. Ich beginne hier als Coach, weil einige Partner mir ersucht haben. Gut, okay, wir haben das als Agentur übernommen. Und damals habe ich mir gesagt, ich werde nur mehr in dem Bereich Empfehlungsmarketing was organisieren, wenn es auf moderne Art und Weise funktioniert. Ich werde nie wieder ein Netzwerksklave, ich fahre nie wieder tausende und abertausende Kilometer kreuz und quer durch die Welt, um nur von Meeting zu Meeting, von Training zu Training. Das ist vorbei, das brauchen wir heute nicht mehr. Wir haben heute die moderne Technik, die Kommunikationstechnik und die nutzen wir. Da habe ich mir gesagt, das wirst du nicht zusammenbringen. Habe ich gesagt, du hast mich zu. Mein Ziel ist es, bis Ende 2018 10.000 IT-Nummern zu platzieren. Was heißt das denn? Partner platziert, die drinnen sind. Mehr wie was dann auch macht, ist es auch ein anderer, glaube ich. Aber zumindest 10.000. Ha, ha, ha. Das kriegst du mit Long Distance nie hin. So. Freunde, wir haben zur Zeit, jetzt haben wir, ja, 17. Mai 2018, also haben wir noch ein bisschen Zeit, 8.500 IT-Nummern bei der TWC im Agentur drinnen, also die wir zu betreuen haben. Also, der Weg ist der richtige, ohne tausende Kilometer zu fahren, denn jeder Kilometer, den man auf der Autobahn fährt, ist eine verlorene Zeit, das ist ein verlorenes Gehörter, das ist eine verlorene Lebenszeit. Der Herrgott hat mir wahrscheinlich noch 20 Jahre, durch Loveleit, 20 Jahre gesunde Lebensjahre geschenkt. Gut, die werde ich nutzen, aber auf meine Art und Weise. Ich werde so viel wie möglich Partner hereinholen, ausbilden, auf Long Distance, einpflegen, auf Long Distance und zielorientierte Coaching. Jeder nach seinem Wünschen und Zielen. Aber zielorientiert auf das Ziel hin. Coaching, da haben wir es mit Sinn. Alles das zu tun, was der jeweilige Person braucht, oder was er glaubt, oder sie glaubt, was er braucht, um ihn dann zu dem Einkommen zu bringen, das war ich. Denn ich habe das erste Mal, nach über 50 Jahren in dem Geschäft, Unternehmen, wo ich eine echte Win-Win-Situation für jeden habe. Für jede Person, die hier einsteigt, die Produkte konsumiert und daraus was macht, oder auch nicht macht, die Win-Win-Situation ist da. Also der größte Nutzen ist ja für jeden, der die Produkte konsumiert, dass er sich die Zellen verbessern, die Zellen verjüngen, also Scheidezöge, dass er sich als ein ganzer verjüngt. Das ist der Jungbrunner, das ist Technologie der Zukunft. Ein Quantensprung in die richtige Richtung. Werden es viele noch nicht kapieren, behirnen, egal, wie auch immer, wer es nicht kapiert, Pech gehabt, vergiss es. Aber was es mir jetzt denn geht, dieses Business zu perfektionieren, dass man so viel wie möglich von den Partnern, die schon erinnert sind, helfen, mit dem jetzt nicht nur Konsument zu sein, weil viele sind Konsumenten da ja, machen brav ihren Umsatz, konsumieren brav die Produkte, aber haben noch nicht verstanden, wie das Business funktioniert. Wie man eben weitere, weitere Partner reinholen kann und dass sich in das System, in die Gruppe, in die Struktur, wie man so schön sagt, weil sie immer noch glauben, das ist viel Arbeit. Da muss ich dann, weil viele der alten Networker, ich war ja auch einer, aber ich habe halt dazugelernt, ich habe immer geschaut, dass ich das modernste Werkzeug habe, um den Partnern zu helfen, dass sie weniger Kilometer fahren, dass sie weniger Zeit investieren müssen, dass sie Werkzeuge arbeiten lassen für sich, rund um die Uhr arbeiten lassen. Denn mit den heutigen Werkzeugen, mit der heutigen Technik, Kommunikationstechnik ist das alles möglich. Also alles, was mich machen lassen kann über die Technik, ist natürlich klar, wenn man ein bisschen ein Hirn hat, dass man das einsetzt, um es sich leichter zu machen. Das heißt nicht, dass man es nicht machen muss. Man muss nur mit Hirn arbeiten und das zu tun, was notwendig ist. Und das am Rad, das Rad zu drehen und dass das immer mehr Schwung, immer mehr Schwung kriegt, mit den richtigen Partnern, die sieben sie auch sowieso aus. Darum sage ich einfach, die IT-Nummer ist für mich wichtig. 10.000, aus den 10.000 sind so und so viele Kunden, sind so und so viele Mitschwimmer, sind so und so viele Klein-Klein-Networker und sind ein Teil davon wirklich ernstzunehmende, sogenannte Geschäftspartner. Ob das jetzt im organisatorischen Bereich ist, dass Vertriebsmanager sind oder ob sie Empfehlungsgeber dann sind und somit auch sehr, sehr viel Umsatz machen oder als Empfehlungsgeber dann auch in das System kommen, um wieder Gleichgesinnte aus der Branche auch dazu motivieren, dasselbe zu tun. Nicht um ein paar Euro irgendwo in einer Ordination sitzen und warten darauf, dass ein paar Leute kommen und dann, ja, das kann ich das wissen, diese Nanotechnologie, diese wunderbare Entwicklung, was sie ja hier jetzt haben, was wahrscheinlich irgendwann später einmal gang und gäbe ist, aber das jetzt, die Ibrahim Jakobowitsch entdeckt hat, nach 20 Jahren Forschung, dass wir das jetzt einsetzen können, für uns und für unsere Freunde und für unsere Partner, um damit, wenn-wenn-Situation, gesund, fesch und fit zu bleiben, ein bisschen hoher Alter und genügend Geld zu verdienen. Das ist, ich rede natürlich über beides, aber schwerpunktmäßig mit den Leuten, die, denn das sind die Triebfäder, das sind die Motoren, die dazwischen überreden, die kleinen Elektromotoren, die auf jeden Raum draufhängen und unterstützen und sozusagen das Ganze in Schwung zu bringen. Und da seid ihr jetzt gefragt, diejenigen, die das auch, die zweite Seite, nicht nur die Produkte konsumieren, sondern auch das Geschäft betreiben wollen. Und da, da mache ich jetzt dann Videos, Step-by-Step-Videos, nicht jetzt hochgeistig wissenschaftlich, ganz auf Motivation und auf System. Was tue ich? Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Ich muss nicht wissen, wie das ganz genau das letzte Detail funktioniert, denn das macht jeder Computer, du brauchst nicht vom Marketingplan, das und alles. Das lernst du nachher. Mir ist wichtig, dass du verstehst, wie du zumindest einmal auf eine Position kommst und dir nenne ich nach wie vor den Teamleader, das ist die Schlüsselposition hier zum Geldverdienen, denn du musst wissen, ob du jetzt 54% für eine Sponsoraktivität kriegst, egal ob der mit 800, mit 1200 befreundlich, wenn du hier 48% oder 54% Leader oder Teamleader, das ist ganz was anderes, als wenn du 20% dann kriegst. Und vor allem, wenn du weiter sponserst und Partner unter dir hast, die dir nicht geholfen hast, dann kriegt der 20% und du kriegst die Differenz auf die 54%. Das macht Spaß, Freunde. Und dass du selber sponserst, hast du die kompletten 54%. Also hier macht Sponsorn Spaß. Das bringt Geld. Und wenn du ein Einkommen erzielst, das wirklich Spaß macht, dann ist das keine Arbeit mehr. Du musst systematisch dorthin kommen. Und daher ist es wichtig, dass du mit mir zusammenarbeitest. Denn ich sage dir knallhart und ehrlich, wie das Business wirklich funktioniert. Dieses Herumeiern und du wirst alles so lieb und du brauchst dir gar nichts mehr. Das ist unfair, weil das ist nur ein Einruhen, aber nicht ein Erkennen der Tatsachen, der Fakten. Fakt ist, du musst zwei bis drei Sponsoraktivitäten pro Woche machen. Ja, pro Woche zwei bis drei Sponsoraktivitäten. Nach Möglichkeit eben mit Businesspartnern. Und ein Businesspartner steigt mit einem 400er, mit einem 800er oder mit einem 1200er Paket ein. Ja, wenn es ein 1200er Paket hat und du bist Teamleader, davon 54%, gröss Gott. Müssen andere schon, wenn es zwei, drei Leute solche Sponsor ist. Natürlich ist es nicht einfach, dir zu diesen zu kommen. Daher ist es wichtig, dass ich dir sage mit den Videos, dass du Schritt für Schritt dorthin kommst. Dass du zuerst einmal eine kleine Community aufbaust. Dass du lernst, wie macht man die Kontakte und so weiter. Du hast das Werkzeug dazu. Du kannst dir einmal 66 Euro, wenn du anstatt, das wird es teuer. Weg, vergiss es, sei Kunde. Aber wenn du das Geschäft machen willst. Du zahlst einmal, wenn Geschäftseinstieg irgendwo 500 mit dem Businesspaket und mit dem VIP-Programm. Wenn es, weiß ich, 550, 560 Euro sein. Ja, was ist das, wenn ich dann ein paar raus, 5000, 6000 Euro, Monat für Monat herauswollen kann, mit steigend und gemma. Ja, ohne, und noch wichtig, ohne tausende Kilometer zu fahren. Ohne ein großes Auto haben zu müssen, wo viel Sprit oder Diesel rein geht und du auf der Autobahn von Meeting zu Meeting, von Training zu Training. Das machen die Schwachmatiker. Die sind noch immer, die gehen auf der Bühne. Boah, super, wir sind da, wir werden alle reich und so. Ja, die brauchen Futter, die brauchen Massen. Wir brauchen keine Massen, wir brauchen nicht unendlich Geld ausgeben, um zum Geld zu kommen, sondern das Werkzeug zu verwenden. Aber dazu musst du mal, das ist das, was ich in den Programmen, oder was ich jetzt aufbauen, Step-by-Step-Programm, ein Abarbeiten, ein Video, wo du eine Aufgabe, das einmal kapierst. So, dann verinnerlichen, dann das Nächste, dann das Nächste. So, dass ich dich hinbringe zu einem Profi-Partner. Denn mir interessieren die Profi-Partner, denn die wollen ein Geschäft aufbauen. Und zwar professionell. Nicht eine Kindergartengeschichte, das brauchen wir nicht. Professionell aufbauen mit dem Profi-Team als Profi-Partner. Profi-Team-Partner. Und wenn du professionell arbeitest, das heißt nicht, dass du viel arbeitest, sondern mit Hirn, überleg, mit System. Aber das funktioniert nur dann, und das wird meine Hauptaufgabe sein, was ich jetzt auch mache, die Motivation für dein Warum. Die Motivation für dein Warum ist der Schlüssel, dass du überhaupt bereit bist, das zu tun. Wenn du erkennst, sagst, mhm, okay, der Herr Josef, das ist ja 74 Jahre, ist gut drauf, super, wunderbar möchte er sein. Okay, du kannst mit 70 Jahren im Eck hängen und sagen, ah, ich bin so arm. Oder du kannst mit 70 Jahren sagen, wow, super, mir geht's gut. Ich habe eine Freude, ich habe eine Beschäftigung, die Geld bringt. Also ich habe ein Geschäft, wo ich aber nicht am Point of Sale anwesend sein muss. Ganz, ganz wichtig. Wo ich nicht am Point of Sale und auch nicht in den Seminarraum. Die schönsten Hotels, wunderbar. Ich habe es bis da rauf. Ich habe es 50 Jahre lang genossen. Ich habe es bis hier 47 Jahre. Aber ich wüsste, wo ich um einen Antrag gefahren bin. Die letzten Jahre habe ich das alles auch schon auf Long Distance gemacht. Das ist ja meine, für meine Agentur, oder auf der Agentur der WCA, genau das ist es, wo wir sagen, wir bieten professionelle Leute aus. Also ein Team, das nach professionellen Systemen arbeitet und ein Profi-Team wird. Meines Erachtens lauter einzelne kleine Teams. Der hat 30 Leute, der hat 70 Leute, der hat 40 Leute. Ich mache immer mehr den Kulti-Multi-Partner in einem Haufen drinnen. Und dann ist einer am Hocken. Nein, bei mir kann jeder, bei der Agentur kann jeder seine Zielgruppe aussuchen. Kein Problem. Ich will gar nicht mit denen arbeiten. Der andere will mit den Ernährungs-Gurus arbeiten. Der andere will mit den Heilpraktikern arbeiten. Der andere will reines Netzwerk mit echten Netzwerkern machen. Aber auch okay. Such dir deine Zielgruppe, rede mal drüber. Dann sage ich dir, wie du zu dieser Zielgruppe den Kontakt kriegst. Wie du diese Leute hereinholst. Wie du die kalten Adressen zu verändern, zu heißen Adressen, wenn man es so schön sagt, zu Freunden machst. Und hilf den Freunden, dass sie ins Geldverdiener kommen. Das ist mein Konzept. Egal, wo die dann sind. Aber, und jetzt kommt das Aber, das Wichtigste in meinem System, wo alle gesagt haben, das funktioniert nicht. Du, es funktioniert. 8.500 in der kurzen Zeit. Ich weiß, die ersten 10.000 sind die schwierigsten. Aber dann geht es zucker zucker weiter. Ich weiß ja, wie man 80, 90, 100.000 Leute in ein System einbringt. Innerhalb von 27 Jahren. Na klar, kein Problem. Aber ich fahre heute keine Kilometer mehr. Unnötig. Ich zeige dir, wie du von zu Hause aus. Da ist es ja Homebase-Business. Du hast daheim eine kleine Organisation aufgebaut. Ja, dass du arbeiten kannst mit einem Laptop, mit einem, was auch immer, Kameras und so. Riecht ein bisschen ein. So, und dann kannst du mit deinen Leuten Kontakt halten. Egal, ob der in Frankfurt sitzt oder irgendwo in Budapest sitzt oder in Zürich sitzt, sagt, hallo, Servus, Kalle. Da, komm, red mal drüber, wie machen wir weiter. So, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Das ist möglich hier. Ohne, dass ich jetzt nach Zürich fahre. Ohne, dass ich nach Frankfurt fahre. Oder weiß ich wohin. Anruf, da, komm, schalt die Kamera ein. Servus. Ich möchte mit dir was beplaudern. So, was ist da schwierig dran? Was kostet da gerade nichts? Es kostet heute nichts mehr. Ich kann mich noch erinnern, wie die Videokonferenzen ein Vermögen gekostet haben. Von Florida nach oben. Im ganzen Winter in Florida. Also, wahnsinnig viel Geld. Das ist heute pipi fein. Das kostet heute nichts mehr. Es gibt heute super Kameras. Jetzt sag ich, ich stehe und sag, okay, komm, tu immer, mach mal. Du brauchst nimmer mehr auf diese ganzen Wischewasch-Veranstaltungen fahren, wo du die Weihre gehörst. Du schaust dir die Videos von den Übertragern und sagst, aha, okay, ich schaue mir halt den Reiser 10 Mal an, dann habe ich ihn auch verstanden. Ich bin kein Quantenphysiker, aber ich weiß auch nicht, wie die ganze Geschichte... Aber das interessiert dich. Ich weiß, das System, was er meint damit. Okay, und das gebe ich weiter. Und wenn ich es nicht weitergeben kann, nehme ich das Video vom Reiser, schicke ihm es und sage, schau dir das 10 Mal an und verstehe das auch. Und wenn man das einmal behirnt hat, was da hier dahinter ist, was das für eine Zukunftsvision ist, wo andere erst in 10 Jahren hochkommen, die Zeit nutzen wir aber jetzt. Aber nicht auf der Autobahn und mit einem großen, schönen Auto durch die Gegend fahren und den ganzen Dreck einatmen, was du da vor der Maße hast. Nein, du sitzt im Grünen, machst ein schönes, machst ein Video nachher, dann schickst du es aus, dann telefonierst über Skype, mit Skype-Out oder mit Skype mit Kamera, was auch immer. Aber du hältst den Kontakt damit. Und ich zeige dir und ich lerne dir, wenn es du willst, wenn es das zulässt, wenn es du willst, wie du Schritt für Schritt zu einem Profi wirst, ohne ein Netzwerk-Sklave zu werden, zu einem Unternehmer bist, der ein ganz spezielles Business macht. Ein Business der besonderen Art, mit Produkten der besonderen Art. Das ist die Alleinstellung. Und das, wenn du so willst, unter dem Dach, unter dem Konzept der Agentur. Wir als Agentur, die über 30 Jahre schon in der Zielgruppe mit derartigen Produkten, gesund, fest, schön, oder fit und schön tätig ist, hier kannst du mitschwimmen. Hier machen wir nicht ein Einzelnen, ja, und da ist der Guru, da ist er es, nein, da kann ein Guru sein, was er will. Entscheidend ist, dass wir etwas bewegen. Nein, du kannst es von zu Hause aus bewegen, ohne dass du eine Feder oder einen Pin oder was oder einfach was am Hut hast, sondern du machst Kohle, ohne unnötiges Geld auszugeben. Und da tue ich dir jetzt zeigen, wie das geht und darum mache ich jetzt Schritt für Schritt diese Ausbildungs- und Weiterbildungsvideos, das heißt nicht, dass ich ausbilden, sondern dass du weißt, wie mache ich den nächsten Schritt, aber nicht in klein, klein, sondern immer im Großen gedacht, mit dem Endziel, das du dir selber magst, ob das jetzt 10.000 oder mehr sind, was du monatlich dann erzielen willst und wie viele Leute du dazu brauchst, das sage ich dir dann, aber das, dass ich dir das jetzt beibringe, Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Aber, das ist eine hohe Schuld. Wenn du es willst, ruf mich an, skype mich an, schreib mich an, wie auch immer, aber du musst mit mir reden. Weil ich arbeite immer mit denen oder ich coach die, die zu mir kommen und sagen, hilf mir, ich will das und das zu erreichen. Ich rede nicht den Leuten mehr nach, woge ich nicht. Wenn einer nicht will, dann will er nicht. Okay, kann ich nichts machen. Aber, wenn jemand kommt und sagt, hilf mir, ja, aber er muss es tun. Nicht, ich mag es für ihn, das haben wir auch schon manche gehabt. Du kannst das ja eh. Ja, das weiß ich eh, sonst hätte ich das nicht 54 Jahre lang gemacht. Du musst das wollen. Dann kann ich dir helfen. Ich bin Coach, ich bin Trainer, ja, aber ich bin nicht der Sklave, nicht für irgendwen. Ich habe Freude dabei, dass ich dir helfen kann, dass ich mein How-Now-How weitergeben kann. Mir geht es halt gut, einfach, wenn ich das weitergebe. Super, weil ich die Freude habe, wenn Leute ins Geld verdienen. War immer mein Konzept. Mir ist es egal, was ich verdiene, weil ich kriege es sowieso. Mir ist wichtig, wie viele Leute bringe ich ins Geld verdienen und wie viele Leute haben Spaß und Lustig dabei und sind gesund und fit bis ins hohe Alter. Das ist es, das ist unsere Botschaft und vielleicht wirst du auch Botschafter, wird dieses System, da wirst du mich freuen, melde dich, ganz einfach. Schau, was wir machen können, aber du musst, du musst das holen, du musst das wollen, dann machen wir was draus. Also, alles Liebe, ciao, bye, bye.